Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Vlad Melonari und mit diesem kurzen Video möchte ich Ihnen einen Überblick über das Thema Workforce Optimization verschaffen. Für Contact Center sind Lösungen zur Workforce Optimierung entscheidend und von Bedeutung. Vor allem, wenn es darum geht, die Mitarbeiter mit den richtigen Tools auszustarten, um die Qualität der Kunden und der Mitarbeiterzufriedenheit auf die nächste Stufe zu bringen und zu halten. Das und mehr liefert die WebEx Contact Center Workforce Optimization Suite. Mit Unterstützung der Workforce Management Lösung kann Ihr Forecasting Team mit smarten Tools einen langfristigen sowie einen operativen Forecast der Kundeninteraktionen für Kanäle wie Chat, Backoffice, Telefonie und andere erstellen. Auch der Personaleinsatzplaner kann ohne viel Aufwand Schichtpläne erstellen. Dabei werden alle Qualifikationen der Mitarbeiter, gesetzliche und betriebliche Regeln, den Mitarbeiterbedarf sowie Schichtwünsche berücksichtigt. Die Teamleiter oder Intraday-Managern können mit personalisierten Tools den geplanten Service-Level managen. Mehr dazu erläutere ich in dem Video zum Thema Workforce Management. Wenn es um die Qualität der Kundeninteraktionen geht und wie man den Überblick verschafft, um die Qualität entsprechend zu managen, steht die Quality-Management-Lösung der WebEx Contact Center zur Verfügung. Teamleitern und Coaches können hiermit die aufgezeichneten Gespräche anhören und diese entsprechend bewerten. Über personalisierten Dashboards erhalten alle Mitarbeiter die notwendigen Übersichten über alle Bereiche, die glänzend oder mehr Fokus für Verbesserungen benötigen. Mit Workflows können automatisch und anhand vordefinierten Regeln Kundeninteraktionen an Coaches zugewiesen werden, sodass auch hier viel Zeit gewonnen wird. Mehr dazu in einem Quality-Management-Video. Das Quality-Team oder die Contact Center-Manager können sogar 100% der Kundeninteraktionen auswerten, um die Customer-Journey besser nachvollziehen zu können. Auch viele Drivers, wie zum Beispiel die First Call Resolution zu optimieren, genauso wie die Kundenzufriedenheit zu erhöhen oder die Eskalation zu reduzieren, können mit Hilfe von Analytics optimiert werden. Mehr dazu in dem Analytics-Video. Viel Spaß dabei!